Da ist noch einer! Sie sind Ghost-Agenten! Tarantulas, wenn du nur zuhören würdest! Ich glaube, er kann im Moment niemandem zuhören. Eines Tages wirst du mir dafür danken. Nightshade, egal was passiert ist. Wir haben dich lieb, das weißt du. Mom, Dad! Und die Wächter-Eule stand wach, als Beschützerin aller Bedürftigen. Das ist mein Baby, schnapp ihn dir! Nightshade, du hast das Buch gelesen. Du hast eine interessante Wahl für deinen Altmodus getroffen. Aber du bist immer noch die verlorene Protoform von unserer ersten Begegnung. Du hast gerade bewiesen, dass du mich nicht wirklich kennst. Denn ich war nie verloren! Ja! Du hast gerade gehört. Das war nicht. Entfernen, du haste. Du hast hier. 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 Nein, all unsere Arbeit. Mom! Dad! Es geht euch gut! Nein, Jade! Bist du das? Oh, wow, cool! Du siehst super aus! Gut gemacht, Baby! Tarantulas, meine unbeliebteste, nicht so winzig kleine Spinne. Du entführst jetzt also Menschen, hm? Typisch Decepticon. Nein, Bumblebee. Tarantulas hat das nur getan, weil er dachte, er würde mich beschützen. Er wusste nicht, dass Mom und Dad meine Eltern sind. Und dass sie mich ebenfalls beschützen. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Egal ob Mensch, Autobot oder Decepticon. Leute, ich empfange Ghostgequatsche. Es kommt näher. Unser Kampf muss ihre Überwachungssensoren alarmiert haben. Das ist unser Stichwort. Zeit zu verschwinden! Wir sind umzingelt! Du versteckst dich also auch? Ihr alle? Bring deine Familie in Sicherheit. Ich werde sie weglocken. Aber Tarantulas... Bitte, wenn dies meine zweite Chance ist, dann lass sie mich auch nutzen. Jetzt komm, Nightshades. Gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause.